Wir haben heute den 18. August. Wir befinden uns auf etwa 2800 Metern oberhalb von Kurzras im Schnalztal. Hier sehen wir gerade Christian, wie er leicht ermattet schon so ein Bike versucht Richtung Bildstockjöchel zu tragen. Ich schätze, wir brauchen noch etwa eine Stunde für die weiteren 300 Höhenmeter, die uns noch fehlen. Nachher geht es bergab ins Matschertal und ab dort zum Rechenpass und ins Montafon. Ja, so langsam wird es auch etwas wegloses Gelände. Wir haben einen Weg zurück Richtung Dolomiten. In der Ferne sehen wir Rosengarten und Blathomar. Die wir gestern befahren haben.